Musik Ja, Herr Fihaber, was können wir denn als Fazit aus unseren ganzen Beobachtungen ziehen? Was würden Sie sagen, was ist so die zentrale Erkenntnis, die wir gewinnen konnten? Der Zins bewegt was. Der hat die Märkte bewegt und der hat die Portfolios bewegt. Gibt es aber einen Zusammenhang zwischen Zinswende und der Aufholjagd der Vermögensverwalter? Schwierig. Es gibt auf jeden Fall eine Korrelation. Also wir haben einen Befund, wir sehen, wir haben die Zinswende und wir haben die Aufholjagd. Ob es eine Kausalität gibt, das trauen wir uns nicht zu zu sagen. Ich würde es vermuten. Das ist schon fast eine wissenschaftliche Arbeit. Genau, es wäre eine Scheinwissenschaftlichkeit, die das unterstellen würde, wenn wir uns zu einer harten Aussage wirklich hinreißen lassen. Die Vermutung liegt einfach nah. Konkret müsste man das immer im Einzelfall nachprüfen. Und genau das machen wir. Wir werden einen Report rausbringen, der wird heißen, bezeichnenderweise besser als die Benchmark. Weil in diesem Report werden wir Vermögensverwalter porträtieren, die es geschafft haben, die Benchmark zu schlagen. Die es auch schon schaffen, länger die Benchmark zu schlagen. Und wie porträtieren wir die? Was machen wir da? Wir finden Interviews mit Ihnen. Wir stellen Fragen vor allen Dingen dazu, wie gehen Sie vor? Wie investieren Sie? Was ist Ihr Investmentstil? Was sind Besonderheiten? Wie haben Sie reagiert? Wie gehen Sie bei unvorhergesehenen Ereignissen vor? Also schon sehr detaillierte Fragen, auf die wir dann Antworten erhoffen und die wir dann journalistisch lockerflockig zusammenfassen werden. In diesem Report, der dann auch für ein breiteres Publikum, also nicht nur für Spezialisten, denke ich, interessanten Lesestoff bieten wird. Wann kommt der raus? Der Report wird im April, Mai in etwa rauskommen. Er wird kostenlos sein, das dürfte auch viele interessieren. Wo kriegt man den? Auf unserer Website unter www.wuchsbriefe.de. Den Link blenden wir nochmal ein und wir werden ihn auch in die Videobeschreibung natürlich packen. Gut ist dann in dem Zusammenhang, wer sich bei uns für den Newsletter anmeldet, denn da kriegt man sowas immer brandaktuell auch mit. Wann solche, wann so eine Sonderpublikation, in dem Fall sogar eine kostenlose, das hat ja bei uns eher Seltenheitswerb, wann die fertig sein wird. Und was macht man bis dahin? Außer jetzt unsere Videos gucken. Bis dahin gibt es zwei Möglichkeiten. Wer erstmal zu den Performance-Projekten, wenn ich warten kann und up-to-date bleiben möchte, der kann auf unserer Website auf www.wuchsrichter.de nach einem ganz kurzen und kostenlosen Login sich tagesaktuell den Stand der Performance-Projekte immer anzeigen lassen. Ja, und außerdem gibt es ja noch den Report des Vorjahres. Die letzte aktualisierte Fassung ist im September erschienen. Das würde ich sagen, ist jetzt auch noch nicht veraltet. Keineswegs. Keineswegs. Ich habe gerade nochmal reingeguckt. Genau. Der ist auch kostenlos auf unserer Website verfügbar. Genau. Also anmelden, reinlesen und ansonsten gespannt dabei bleiben, denn es wird ja interessant werden, ob Risikomanagement die nächsten Jahre bestimmt, also ob es wirklich auch einen Paradigmenwechsel jetzt gegeben hat oder ob wir uns schon wieder in die alten Bahnen zurückbewegen. Denn viele gehen ja davon aus, dass die Notenbanken jetzt in Kürze schon wieder Schluss machen mit ihrer Zinserhöhungsphase, dass die Inflation zurückkommt und dass sich vieles wieder so ein bisschen einspielt, wie es gewesen ist. Ich glaube da nicht dran. Die Welt ist jetzt eine andere und sie wird auch weiterhin eine andere bleiben. Natürlich werden die Zinsen nicht ins Unendliche steigen, genauso wenig wie die Inflation. Da gibt es ja auch die berühmten Basiseffekte. Aber ich denke schon, dass es ganz, ganz spannend wird, die nächsten Jahre auch in die Performance-Projekte reinzuschauen, um zu beobachten, wie Vermögensverwalter mit dieser neuen Situation, mit dieser veränderten Situation klug umgehen. Spannend wird es in jedem Fall. Ich bin, glaube ich, ein bisschen optimistischer als Sie. Ich glaube auch, wie Sie, dass die Märkte unter Druck stehen werden weiterhin. Optimistisch inwiefern? Wo war ich jetzt? Pessimistisch? Pessimistisch insofern, dass die Märkte sehr lange unter Druck bleiben werden, dass die Inflation nicht so zurückkommt. Das zweifeln Sie ja ein bisschen mehr an. Ich glaube einfach, dass wir nicht nochmal in die Situation kommen, dass wir mit den Zinsen unter Null. Darauf spiele ich an. Natürlich kommt die Inflation zurück. Aber ich glaube nicht, dass die Notenbanken nochmal ihre alte Politik machen werden, die sie im Grunde seit dem Jahr 2012 betrieben haben. Mit Geld raushauen, was geht und Zinsen auf Null bringen oder zeitweise sogar die Strafzinsen zu verlangen. Also an diese Welt glaube ich jetzt erstmal nicht mehr. Wir wissen es nicht. Die Staaten sind auch süchtig nach Geld geworden mit Blick auf Italien. Dann warten wir es ab. Spannend wird es in jedem Fall. Aber normalerweise treibt die Nachfrage den Preis. Und wenn die Notenbanken hier nicht eingreifen wollen, ich glaube, damit ist jetzt erstmal Schluss, dass sie sich das überhaupt noch erlauben können, dann werden natürlich auch Anleihen, sprich, wenn die Staaten Geld aufnehmen, wird das teurer. Aber das ist eine andere Diskussion. Auch dazu werden wir dann was sehen in dem Besser als die Benchmark. Denn solche Diskussionen führen wir natürlich auch mit den Vermögensverwaltern in den Interviews. Lesen Sie es also danach. Und bis dahin sagen wir erstmal, bis unser nächstes Quartalsresümee dann kommt. Irgendwann auch im Mai. Tschüss. Tschüss. Bis dann.